Das Geheimnis um das Gewicht des Findlings in Heide bei Bernsdorf ist gelüftet. Der vermeintlich größte Stein aus dem Braunkohletalgebau 2 zwischen Heide und Grünewald steht seit rund 100 Jahren in der damalig neu gebauten Arbeitersiedlung Haie 3. Aktuell kümmern sich Thomas Mansfeld und Ortskronist Karl-Heinz Zweigel um die Überbleibsel von damals. Im vergangenen Jahr wurde der Bereich um den Stein neu bepflanzt. Dabei kam die Frage auf, wie viel wiegt er eigentlich? Mit einem 3D-Laserscan des Unternehmens GMB aus Spremberg wurde jetzt das Gewicht des Granitsteins auf ca. 11 Tonnen geschätzt.